Jo moin Leute, herzlich willkommen zu den Predictions im DFB-Pokal mit den Predictions für das 8. Finale Saison 2023 24 Predictions. Los geht's Teil 1 von 2. Alle Spieler live auf Sky und 2 auf ARD und alle Spieler in der Sportschau im Radio. Heute um 18 Uhr live auf Sky Sport, Sky Sport, Sky Sport Mix und ARD und in der Sportschau im Radio. Ersthälfte Kaiserslautern gegen Ersthälfte Nürnberg im 1. FC Duell. Und das Ganze geht 3 zu 1 aus für den 1. FC Kaiserslautern. Herzlichen Glückwunsch. Dann live auf Sky und in der Sportschau im Radio. Ersthälfte Magdeburg unterliegt Fortuna Düsseldorf 1 zu 3. Und um 20 Uhr filmiert sich live auf Sky Sport und in der ARD und in der Sportschau im Radio. Borussia München-Gladbach gegen VfL Wolfsburg und das Ganze geht 2 zu 4 aus für VfL Wolfsburg. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Und live auf Sky Sport und in der Sportschau im Radio. FC 08 Homburg gegen FC St. Pauli. Und das Ganze geht 3 zu 1 aus für Überraschung dem FC 08 Homburg. Herzlichen Glückwunsch. So das war es mit den Predictions vom DFB-Pokal für die Saison 2023-2024 im Achtelfinale Teil. 1 von Teil 2. So wenn euch das wieder gefallen hat, lass ein Däumchen nach oben da. Vergiss kein Abo. Dann nehme ich das Glöckchen, das nicht vergessen zu aktivieren. Dann verpasst dir keine Benachrichtigungen auf diesem Channel. Und... Give dinner. Good kick. Ciao. 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 Ciao.